Oh C, C, C. Sorry C lang Bombe. Hab zwei mit einem Schuss, easy. Waaah! Hehehehe. Letzter lebender Spiel. Schluss. Zählt denn noch einer? Waaah! Jungen, da hab ich doch nichts! Alle rasiert, Junge! Wuh! Kanate? Nein! Der Typ fühlt sich jetzt wie der beste Mensch der Welt. Verdammte. Kein Problem, Bruder. Oh mein Gott! Hast du den Headshot gesehen? Ich kann nicht dräuen. Waaah! Schön, kann man. Ich bin am Freund. rechts irgendwo habe noch ein noch einer noch ein ab 4 wir sind down ist keine schönes dinge da war er denn ich wusste ja ich mache es über den land glaube ich konnte von city ja ja sollten wir Warte, 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 warte. Rechts, rechts ist der direkte Dingens. Oh, hab ich Deckdown? Nein, uh. Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr, Junge! Ich hatte keine Muni mehr! Kann uns das überhaupt töten? Hör mal auf den Beat! Fiss ihn? Warte, komm! Ab ihn? Junge! Junge, Alter! What the... Das ist doch geil, Alter! Wir sind bei, äh, sind Bart im Bart. Ah! Nein! Oh Gott! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Sind lang alle. C ist gar nichts. Welche ist lang? Ich bin gleich hinter denen. Gib mir kurz, dann mach ich bitte Scholli zwei weg. Ich hab einen gekippt. Ich hab einen gekippt. Scheiße! Warum hab ich jetzt die Shorty gehabt? Oh Gott! Deportierter die Gegner. Da sind sie. 100 Elf. Ich geh hinter die Gegner auf C. Decken bitte. Oh, scheiße. So ein Trottel. So ein Trottel. Da ist noch einer im Spot. Alter, was war das denn? Da war ja wie so ein Wasserfall einfach nur, der von oben runter kam. Bei ihr lang kann nichts kommen. Bei ihr lang kann nichts kommen. Hinter dir. Hinter dir! Hahahaha! Hast du doch nicht gehört? Ich hab Müge welches... den GwC gewZ- Ich habe den Spike. HAAAAAAH! Jetzt kommen die bestimmt C. Die mach ich alle weg! die gehen auf c diesmal sind sie alle ich habe ein paar stück gesehen auf jeden fall ein habe ich zwei habe ich drei habe ich ich die weg gemacht habe alter was das denn wo ist er ich kriege da wir kippen der kackstift der kackstift alter der hat gerade ein richtiges buch gemalt in meine hose geht die macht dadurch die chance kommen ich mache die richtige kitty wow mit zwei mit einem schuss dude calm the fuck down what's wrong with your life man holy shit get your ass together man what is wrong with you don't scream like that just be normal dude it's a game holy fuck junge alte ist der geistig behindert oder so jetzt steht er das afg die hat echt gequittet alter was für nur ich hab mal die map aufgemacht ich wollte mal kurz gucken weil urlaub buchen aber ich habe die nicht verloren immerhin ab einer war aber mehrere hat einer slow mitte war ich komme hinten rum zu jungen wie ich der gegeben habe geil leider fack mal live warte zimmer guter feil ich bin so ein stinkender unter dir ich bin der schlechtste spieler auf diesem scheiß planeten alter was das denn hätte ich mein messer ausgepackt und geworfen also liebe kinder wissenschaftliche hypothesen haben erwiesen dass wir alle viel klüger aussehen wenn wir brillen tragen und wenn man so eine komische frisur dazu hat dann ist man besonders schlau